kaputt, kaputt, kaputt näher uns der 3000er Marke und ich denke mal, die werden wir locker knacken mit dem Char hier, oh, falsche Richtung gestraft kaputt, kaputt oh, Hühnchen, das eine Etage geworft ist komisches Hühnchen so, Truhe Nummer 1 Gold 3000er Marke geknackt Truhe Nummer 2 mehr Gold 3332 und wir haben hier noch einige Räume ja, sehr schön, also ich mag den Miner ist so ein bisschen gefährlicher, ihn zu spielen aber es bringt mehr Gold und wir brauchen Unmengen von Gold und ich vermisse den Dreifachsprung da habe ich mich irgendwie schon zu sehr dran gewöhnt aber die Runde, die wir statt dem Dreifachsprung drin haben ist einfach wesentlich besser dass dieses Mana und Lebenspunkte mit jedem Gegner tot ohne irgendwelche Lebenspunktabzüge wie die Blutsachen das machen da kann man nichts gegen sagen kaputt, kaputt das sind noch richtig viele Räume oh, neuer Tagebucheintrag Häufen wir sich ja richtig in letzter Zeit dieser Wald ist anders als alle, die ich vorher gesehen habe es ist gleichzeitig ruhig und furchteinflößend ich stehe auf Gras aber neben mir ist eine Schlucht so weit und tief als könnte sie mich im Ganzen verschlucken ich habe immer noch keine Antwort gehört von dem Stein, den ich runtergeschmissen habe ein einziger Schritt daneben und mein Runterfall wäre ewig ein wirklich furchteinflößender Gedanke eine Ewigkeit aus Dunkelheit ist viel furchteinflößender als irgendein Biest, das ich bisher gekämpft hatte falls ich fallen würde was würde mich zuerst töten der Hunger oder ich selbst als eine Randnotiz ich benutze jetzt den Forest Fisher als mein eigenes Lavatory? was ist ein Lavatory? ich frage mich, ob ich in eine andere Dimension pupse achso, Lavatory ist ein Klo äh, ja also der beste Schwertkämpfer aller Zeiten und überhaupt äh, kackt jetzt in den Wald schön oh kaputt, kaputt, kaputt so, langsam gehen uns jetzt doch die Räume raus oh, Kisten ganz für Gold so, 4256 und gleich wieder die Statue lasse ich mal da sind noch Lebenspunkte drin oh wow wow, wow geh weg hier Maja ist echt noch nichts für uns äh, wo geht's denn noch weiter? ein Raum da ganz unten kann ich freiwillig aufgeben und dadurch mehr Gold bekommen? das wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür was haben wir hier? ein fliegender Schädel und Krimskrams und ich hab kein wow kein Mana mehr für die Superstachel wow da kannst du mich treffen ich riskiere lieber nichts du musst weiter nach hinten du musst genau kaputt, kaputt so, ein größerer Raum in dem wir glaube ich aber schon mal waren ne, waren wir nicht wow, wow wow yeah viele Gegner au wie zu so boh, 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 boh der hat den Arm gehoben hat sich dadurch größer gemacht als er ist und konnte mich so treffen sehr schön aber ja gab eine Menge Gold wir haben einen Shinobi wir haben einen Barbaren wo Lebenspunkte und Mana vertauscht wurden und wir haben einen Knappen also nichts was ich wirklich spielen wollen würde und bei dem Shinobi sind auch noch die Mana und Lebenspunkte vertauscht das heißt er hält weniger aus und er hält noch weniger aus ja dann halt der Knappe hier 4400 Dingens ich erhöhe meine Gold-Sammelrat warte mal ich verbessere erstmal unser Schwert das hier nämlich plus 6 Schaden das klingt doch sehr gut und sonst Silberhelm mehr Lebenspunkte mehr Mana das nehmen wir auch nochmal und sonst nix jetzt sind wir im stylischen Grün so 3124 wir können das nicht mehr erhöhen wir können den Miner erhöhen um die Lampe anzuschalten sehr komisch und dafür 2000 Gold ausgeben Knappe wird zum Assassine kostet fast nix oh neues Upgrade ok benutzt seine Fähigkeit um ungesehen durch gegnerische Linien zu kommen oh und Sichtbarkeit und Potion ab Potions und Fleisch bringt mehr plus 1% mehr Lebenspunkte ah also momentan bringt ein Trank 10% Lebenspunkte und Mana also ein Trank 10% Mana und Fleisch 10% Lebenspunkte hiermit wäre es mehr das nehme ich doch gleich mal was haben wir hier äh ein Spell Thief also eine Mischung aus Magier und Dieb haben wir nicht genug Gold für aber klingt schon mal sehr interessant jetzt erhöhen wir noch mal Mana weil es nicht viel kostet oh jetzt haben wir 644 Gold das wir wegschmeißen müssen ja hier irgendwas Neues ne eine Retaliation dann mal rein da 44 Gold wegschmeißen und wir sind jetzt schon Stufe 52 äh ich hab nicht drauf geachtet jedenfalls nicht direkt nach dem Tod aber ich glaub wir haben größeren Sprung gemacht als ähm Dingens als ein Level pro Tod na gut töten auch wenn ich mir nicht so viel Hoffnung mach was die Lebensdauer dieses Charakters angeht so 2000 sollten schon drin sein zumal wir die 2000 so schneller zusammenbekommen wegen dem Goldbonus also ja diese 3600 was auch immer die wären schon richtig schick und wir 20% mehr Gold bekommen gut 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 oh hier sind verdächtig für die Kronleuchter und Kerzenständer und was zur Hölle macht die Goldmünze da unten ah ok wollte schon sagen kannst du nicht einfach in die Mauer glitschen zack 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 Mana hat er 100 ja wir haben so viele Sachen die wir erhöhen müssen selbst Mana wäre langsam ganz nett zu erhöhen weil es wow weil es dürfte nicht viel kosten und es ist ja doch schon praktisch mal ein bisschen mehr Gold zu haben ja Quatsch ein bisschen mehr Mana zu haben für Zaubersprüche gerade Situation wie die hier wow 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 stirb du garstiges 500 Gold kann man nicht meckern also 550 weil wir ja unser Dingeste haben also sind wir jetzt schon fast bei unserer 2000er Marke yay aber sind wir auch fast tot so ganz viel gestacheln ok und hops komm schon dober dober zombie kein Schaden nehmen ok konzentriere dich hier oben ok die hier sind fies ah zur Hornspeed der zweite wurde von Spikes erlegt und hat nicht mal eine halbe Reihe voll bekommen gar nicht schön echt nicht schön Assassin Archmage oder Archmage warum gibt ihr mir so doofe Charaktere äh Angst vor Hühnchen ja komm nehmen wir ihn hier so 1650 das reicht für einmal Angstkraft erhöhen oder feilschen oder Speil ich glaube den schalte ich mal frei was haben wir da er kriegt Mana von Gegner die er trifft nicht tötet trifft hm ok da sind Speil steve können wir zu einem Speil Sword machen ja so wir haben jetzt eine Flammenbarriere als Fähigkeit wenn ich Y drücke muss das wechseln genau zu diesen komischen Killerkugeln und zu Äxten sehr schön also ja Magier also Archmage sehr mächtig aber noch weniger Lebenspunkte als Shinobi oder Miner oder Knappe was schon was heißen will aber ist schon recht praktisch ne kann man nichts gegen sagen so aber es ist ziemlich teuer das durch in der tief zu halten ah ok Abkürzung komm raus da warum hab ich ihn nicht getroffen so zing 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 oh ich hätte gerne irgend so einen leichten Zauberspruch den noch weniger Mana kostet also keine Ahnung so eine magische Kugel oder was weiß ich die Axt kostet nur 15 ja ok die kann ich dann benutzen wenn ich schnell irgendwas umbringen will wie dich ding genau doch bisher schlägt er sich ganz gut ja ganz viel eismagier da unten und hier oben kaputt oh 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 überall Staffeln und so kaputt durchatmen wir haben erst 280 gold wow 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 das waren mal viele so noch ein Vorteil vom Magier wir können diese ganzen Räume wo wir Gegner töten müssen wo wir nicht herankommen erledigen ich weiß ein Teil davon au und da unten ist ein Doom was am Zugröhnen genau und Doom so stirb 561 also es kommt mir vor als wenn das mit dem Magier das ein bisschen langsamer geht aber es kann sein weil ich ein wenig nicht mehr darauf achten muss nicht zu sterben oh 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 die Hühn hat uns Schaden verursacht sauber ach endlich Lebenspunkte Mana Kisten fast 1000 sehr schön und Chakram wollen wir irgendwas gegen Chakram tauschen das Ding hier danke danke oh ein Hühnchen ist gerade in Decke verschwunden wir kommen nicht ran das ist jetzt nie so schön oh und hier ist der Weg zum Wald und ich könnte es mir mal ein wenig in den Wald reinzuschnuppern weil ich diesen Charakter eh nicht besonders gerne spielen will dann würde ich wenigstens da spielen und sterben wo ich will wenn das Spiel mich schon zwingt so einen doofen Magier zu spielen warte mal mit dem Magier könnte man vielleicht richtig gut den einen Gegner umbringen also den Schädel Hyperions Ring wo wir noch nichts was er macht keine angucken oh okay man muss also richtig zu ihm hin strafen ja fürs nächste Mal aber interessante Herausforderung hätten wir keinen Dash wäre es gar nicht gegangen keinen Schaden nehmen yeah da wäre der Assassini jetzt die richtige Wahl sehr schön Sky Rune das ist auch immer die Macht ich werde langsam richtig ich habe nichts gesagt zack zack oh kann schon stirben neun Mana pro Gegner zurück ah der ist schick oh oh stirbt schon lebenspunkte sehen nicht gut aus oh ich wäre davon ausgegangen dass du stirbst was eine falsche Annahme war ähm links runter 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 gut sehr schön oh so hier unten warum springt ihr oh wow 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 hier sind echt viele Gegner auf der Karte 23 Lebenspunkte das ist ein Treffer oh hahaha so gebott hülalü den Rest von diesem Gebiet mal später äh ja das ist auch nicht viel besser hier gerade so Schädel komm raus da so aber ja den Boss könnten wir mit dem Magier vielleicht ganz gut besiegen ich denke nur nicht mit diesem Magier weil der hat viel zu wenig Lebenspunkte gerade okay der trifft uns nicht das ist schon mal gut oh eine Jukebox der Pistulenschrimp interessanter Titel für ein Stück hallo Sniper du bist kein sehr guter Sniper hey aber wir sind schon fast bei 2000 und Schleime sehr schön wow wir brauchen jetzt drei Schläge für so ein Skelettschädel das finde ich nicht so toll oh äh die Zauber sind weg warum sind die Zauber weg also die haben sich geändert oh haben sich alle Zauber geändert als wir ein Chakramhaus gewählt haben das war nicht der Plan ich wollte eigentlich nur einen ändern nein warum hast du durch die Wand geschossen du was ich hab den Tod widerstanden hey cool der Ring macht mich wirklich einmalig und sterblich das sollten wir ausnutzen ähm erstmal weg von hier und einen einfacheren Raum versuchen das sieht doch gut aus Lebenspunkte Mana ganz viele Beutel so wir haben 50 Lebenspunkte von 130 äh ich teleportiere mich jetzt mal hier hin und versuche ein, zwei leichte Räume im ersten Bereich zu machen ich erhoffe dass ich so wieder Lebenspunkte bekomme das ist nicht der erste Bereich ich hab keine Lebenspunkte dazu bekommen äh 18 Lebenspunkte hab ich noch okay komm schon du so also 40 Lebenspunkte von 28 Lebenspunkten und dann das Gold würde ich ganz gerne ran aber ja das war nicht der Plan der Plan war ich teleportiere mich jetzt zum Boss und gehe von da aus weiter der Plan war der Plan war halt leichte Räume zu machen so lange bis wir mindestens 100 Lebenspunkte haben jetzt wollten mich doch alle veräppeln obwohl es ist gar nicht mal so schlecht um Lebenspunkte zu farmen au wenn man denn keinen Schaden nimmt so 18 Lebenspunkte nein ich war zu weit oben aber ja wir haben gesehen wie der Ring funktioniert wir haben fast zweieinhalb Reihen vollbekommen okay wir haben zwei Reihen vollbekommen und ein bisschen Gold gemacht das reicht doch jetzt aber erstmal eine kleine Pause und danach töten wir weiter bis denn 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 bis denn